Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Pokemon Jam. Ja Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir haben uns heute wieder dazu versammelt, um gemeinsam was tolles zu öffnen. Ihr seht schon, ich habe es auch schon in unserem neuen Feature, das ich freigeschaltet habe. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Wir haben jetzt den Community Tab. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon alle gesehen haben. Ich bin mega happy darüber. Wir öffnen heute diese Gluraki Xbox, wie ich halt eben schon auch schon angekündigt habe. Ich freue mich da mega drauf. Bevor wir das jetzt aber ganz kurz machen, announce ich kurz die Gewinner aus dem letzten Video. Die zwei Gewinner, die diese Latias und Latios Promo Plus, wo sind sie? Hier, die jeweiligen zwei Pins gewonnen haben. Und zwar sind das einmal Alexas Wunderkind und LJ FitX. Ich hoffe, man spricht es so aus, oder LJ FitX. Keine Ahnung. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, Leute. Ihr habt diese zwei Promo-Karten plus zwei Pins gewonnen. Wenn ihr den Gewinn abholen wollt, dann kommt auf besten kurz auf unseren Discord. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Da schreibt mich da an. Und wir machen den Rest mit der Adresse und so weiter aus, wie ich es euch schicken kann. Solltet ihr kein Discord haben oder nicht die Möglichkeit haben, Discord irgendwie runterzuladen oder sonstiges, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann schauen wir, dass wir es irgendwie anders regeln können via Instagram oder wie auch immer. Aber da finden wir auf jeden Fall eine Lösung, damit ihr eure Gewinne haben könnt. So, jetzt öffnen wir aber die Glurak-Box. Ich bin mega gehypt, das ist jetzt schon zum zweiten Mal. Und ich habe die wieder beim GameStop abgestabt. Ich mache sie auf jeden Fall schon mal auf. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch irgendwas sagen muss. Aber ich glaube mal nicht. Den geht auf jeden Fall schön auf. Wir hoffen mal, dass wir die... Okay, die gehen hier super... Okay, wir haben hier einmal das Glutexo-Holo. Wir holen uns einmal das Glumander-Holo raus. Und die Glurak und... Oh Gott, hoffentlich habe ich die Karte jetzt nicht kaputt gemacht. Nee, Alter, der fehlt gar nichts. Guckt euch das mal an. Der fehlt absolut gar nichts, obwohl ich die jetzt so komisch rausgeknickt habe. Ich habe echt gedacht, ich habe es jetzt gerippt oder so. Guckt euch das an. Glurak Full Art. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt. Aber in Japan kommt jetzt dann ein Sonderset raus. SM8B. Ich glaube, Ultra-Shiny nennt es sich oder so. Und da kommt unter anderem dieses Glurak als Super-Secret-Rare oder so raus. Als Shiny Glurak in Full Art. Ich blende euch mal ein kurzes Bild von der Glurak-Karte hier ein. Guckt euch diese Karte an. Die ist der absolute Oberhammer. Ich weiß nicht, ob wir es irgendwie noch schaffen. Ich bin momentan mit den Card-Buddies irgendwie dabei. Wir haben beide beide hier noch diesen Glurak-Pint. Auch super geil aussieht. Ich bin momentan mit den Card-Buddies irgendwie dabei, dass wir es vielleicht schaffen, dass wir so japanische Displays importieren können. Damit wir einfach vielleicht die Chance haben, eine von diesen Shiny-Karten zu ziehen. Weil das halt der absolute Oberhammer wäre. Weil ich habe da so Bock drauf. Ich habe wirklich so Bock auf die Karten. Also auf diese Shiny-Karten. Die sehen so gut aus. Den Code lege ich mir zur Seite. Da muss ich schon mal irgendwie... Achso, wir haben noch eine Pin, sehe ich gerade. Ich habe die Pin, sage ich schon. Wir haben noch eine Coin, sehe ich gerade. Wir haben noch eine Coin von Glurak. Die sieht auch super, super geil aus. Also schick, schick. Ich hoffe, man hört nicht zu stark, dass meine Stimme irgendwie heute mega angeschlagen ist. Aber ich war gestern auf einem Konzert. Und dementsprechend habe ich auch noch ein bisschen Halsschmerzen und so. Ich bin auch ein bisschen krank. Nicht viel, aber ein bisschen. Hier haben wir noch die Glurak XXL Full Art Karte. Sieht auch mega, mega schick aus. Die legen wir hier unten hin. Und so. Jetzt will meine verdammte Katze raus. Meine Katze schleicht hier schon seit Ewigkeiten jetzt auf einmal. Da will ich einmal ein Video aufnehmen. Und dann muss die natürlich raus. Also warten wir ganz kurz, Leute. Jetzt geht. Hopp. So. Ich hoffe, man hat sich von der Belichtung her. Hat sich jetzt nicht allzu viel geändert. Hier sind wir schon wieder. Ich glaube, ich schneide das nicht mehr raus, weil es ist jetzt eh recht schnell gegangen. Und jetzt haben wir sechs Booster natürlich noch. Die Box habe ich, by the way, dieses Mal wieder von, unglaublich, Leute. Wieder von GameStop geholt. GameStop ist manchmal echt der Hammer. Die haben die Box reduziert gehabt für 34,99. Kann man sich schon mal gönnen. Ich glaube 34,99 war der Preis. Oder 30 Euro. Ich weiß nicht. Entweder auch wie. Nein, ich glaube 35 Euro war der Preis für die Box. Und eigentlich schon ziemlich geil. Haben wir sechs Booster und die Glurak Full Art Karte. Alleine die Glurak Karte, glaube ich, geht so zwischen 15 und 20 Euro. Die Full Art mit dem Set, mit den beiden Holos, glaube ich, kriegt man so um die 25 Euro dafür. Wir haben sechs Booster. Zweimal Nacht im Flammen. Zweimal Stunde der Wächter. Und zweimal Sonne und Mond. Ihr solltet euch auch unbedingt noch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Case Opening von der neuen Dragoran Box angucken. Das ich gestern hochgeladen habe. Ganz spontan. Wir fangen mal mit Nacht im Flammen an. Haben mir nämlich die Jungs von WRD das ermöglicht und mir zwölf Boxen geschickt zum Aufmachen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch unbedingt noch angucken, Leute. Wirklich. Oh, wir fangen mit dem Chiave an. Dann haben wir den Meiler. Dann Kielia. Ein Alola Radfatz. Ein Sodamag. Ein Raupi. Ein Porygon. Dann haben wir einen Karadonis. Ein WG Mark Reverse Holo. Und die Rare ist ein Zapplerrang als Non-Holo Rare. Ich weiß gar nicht, wie wir in der letzten Glurak Box gezogen haben, aber ich glaube nicht so gut. Vielleicht haben wir dann dieses Mal mehr Glück bei der Box. Wir machen das zweite nach dem Flammenbooster auf. Die Karte, die man natürlich hier unbedingt noch haben will aus dem Set, wäre es Rainbow Glurak. Die Chance, dass man dieses Rainbow Glurak hier noch zieht. Ja, sehr, sehr gering. Sehr, sehr gering. Tracy haben wir hier. Da haben wir einen Furnifras, einen Grillcheater, Mauzi, einen Carpador, ein Gliebunkel, ein Pikachu, ein Grillmag, ein Costurzo Reverse Holo und die Rare ist ein Ad Sumeril als Non-Holo Rare. Also ist hier leider nicht ganz so gut ausgefallen. Leider. Aber da gucken wir mal. Die Stunde der Wächter haben wir ja noch Sonne und Mond Base. Letztes Mal sind wir auch im Discord darauf gekommen, dass es nächstes Jahr schon wieder so weit ist, dass die ersten Sonne und Mond Sets aus der Rotation fliegen fürs Competitive Spiel. Das muss ich euch ja vorstellen. Sonne und Mond gibt es jetzt schon wieder so lange. Wir sind jetzt dann im dritten Jahr. Wann ist Sonne und Mond Sets rausgekommen? Im Februar. Februar, glaube ich. Februar 2016. Nee. 2017. Februar 2017 ist Sonne und Mond Sets rausgekommen. Und, ähm, ja, wir sind jetzt dann ab nächstes Jahr Februar sind wir schon zwei Jahre Sonne und Mond im Game und haben das dritte Jahr mehr oder weniger angefangen. Also da wird's, pfff, die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist echt so brutal. Wir haben hier einen Reißlaus, ein Reverse Holo, mach Holo und die Reiß, oh, sheesh. Yeah, nice. Ich kann leider nicht so brüllen heute, Leute. Ähm, meine Stimme erlaubt mir das nicht ganz so, aber holy dude, fuck. Geil. Wir haben Alona, Volnona, GX gezogen. Unglaublich. Eine unglaublich schöne Karte und die habe ich wirklich auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ähm, super, super schön. Hammer. Hammer, gefällt mir. Gefällt mir wirklich richtig gut. So, dann machen wir das zweite Booster auf von Nacht im Flammen. Äh, Nacht im Flammen, sag ich schon, Stunde der Wächter. Ja, den Code, den muss ich wieder weg, weil den brauchen wir natürlich fürs Online-Opening. Dann muss ich auch mal wieder. Ich muss mal gucken. Also Stream, Stream wird heute leitet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch dazukomme, dass ich heute auf JM stream. Ähm, könnt ihr euch, ich informiere euch auf jeden Fall über den neuen Community-Tab. Ähm, was wollt ihr jetzt sagen? Ich weiß nicht, ob ich noch stream, wenn ich stream, dann sag ich es euch noch über den Community-Tab. Ähm, ansonsten werde ich mal schauen, dass ich unter der Woche irgendwann dazukomme. Und wir müssen auch unbedingt mal gucken, dass wir wieder einen Opening-Stream machen können. Aber dafür zubereiche ich halt erstmal wieder genug Booster-Codes. Und hier ist die Rehan Alola Sandama. Auch sehr, sehr okay. Habe ich lange Zeit in meinem Palki-Deck tatsächlich in den Anfängen gespielt. Mit Schneeschara. Einmal während deines Zuges kannst du eine Karte ziehen. Finde ich, ist ganz okay. Aber gut, Soroak macht die Sache natürlich besser. Mit einer Karte abwerfen und zwei neue ziehen. Deswegen habe ich aber jetzt auch Soroak drin. Aber es war eine gute, billige Alternative zum Soroak davor. Also so eine Soroak-Budget-Alternative oder so. Wobei es ja da mittlerweile jetzt auch Sum-Packs gibt. Das ist auch sehr gut. Das ist eine Karte abwerfen und drei neue ziehen. So. Dann machen wir jetzt hier Sonne und Mond Base noch. Schauen wir mal, ob wir hier noch was Cooles ziehen können. Wir haben einmal einen Giftstich. Dann haben wir einen Akub. Einen Terribark. Einen Mabula. Einen Traumato. Einen Krabbox. Dann haben wir einen Habitak. Einen Alola-Slimer. Die Reverse-Holo ist ein Safkorn. Und die Rare ist ein Kosmo-Wum. Wow. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie aus dem Kosmo-Wum eine verdammte Rare-Karte gemacht haben. Aber ist halt leider so, ne? Eine schöne Karte, aber naja, hätten wir jetzt nicht unbedingt eine Rare draus machen müssen in dem Set. Für Solga, Leon, Lulana, Lunala. So. Letztes Booster. Last Pack Magic, guys. Drückt uns nochmal die Daumen. Dass wir hier was Gutes ziehen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen zu sagen. Ähm. Irgendwas vergessen zu sagen, ja. Aber mir fällt auch nichts ein. So. Vier nach vorne. Und dann starten wir mit einer Psycho-Energie-Karte. Ein Marikek. Da haben wir einen Rockhaiman. Ein Pilipper. Ein Zubat. Ein Quartel. Ein Bautz. Ein Dramato haben wir gezogen. Wommel. Ein Reverse-Holo-Torget-Emaru. Und die Rare ist ein Parasek als Non-Holo-Rare. Also die Box war wieder so. Äh. Es war an sich ganz gut. Immerhin wohl Nona GX noch gezogen. Plus halt Blurak Full Art. Kann man es schon lassen. Aber hätte ein bisschen besser ausfallen können. Ansonsten, weil ich jetzt heute leider keine Verlosung für euch habe. Ich aber trotzdem mal hoffe, dass ihr fleißig liked. Also bitte, bitte liken natürlich das Video. Und kommentiert mir einfach mal drunter, wie euer Sonntag dann vielleicht trotzdem war. Ne. Wenn es mal heute vielleicht nichts zu gewinnen gibt. Keine Ahnung. Oder sagt einfach mal Hallo. Ansonsten gönne ich irgendjemandem den Code dieses Full Art Glurak. Full Art. Das Full Art Glurak. Fürs Online-TCT. Viel Spaß damit. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und wir lesen uns im Community-Tab wieder. Denn werde ich nämlich jetzt fleißig nutzen. Und sehen uns ansonsten wieder nächste Woche. Nächsten Sonntag. Fürs nächste Opening. Also Leute. Macht's gut. Bis dahin. Haltet die Ohren steif. Und ciao. 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 Ciao.